Wenn der BVB am Wochenende in Stuttgart gastiert, ist es für Gregor Kobel eine Rückkehr zu den Wurzeln. Am Neckar durfte er zum Stammtorhüter in der Bundesliga aufsteigen, entnervte hier zwei Jahre lang fast jeden Stürmer. Auch in Dortmund glänzt Kobel mit Top-Leistungen, überzeugt trotz einer teils löchrigen BVB-Abwehr. Über Arbeitslosigkeit konnte er sich deshalb bislang nicht beschweren. Das sind seine Top-5-Paraden. Platz 5, diese Parade gegen Raphael Boré, gleich im ersten Bundesliga-Heimspiel für den BVB, zeigte Kobel seine ganze Klasse. Rang 4, eingefahren in Wolfsburg. Starker Reflex gegen den Abschluss aus spitzem Winkel. Platz 3, beim Auswärtsspiel in Gladbach. Wieder spitzer Winkel, wieder spektakulär. Auch gegen geschickte Freistöße war Kobel auf der Hut. Platz 2 für seine Glanztat gegen Kramaric. Platz 1 für einen Monsterreflex gegen den Ex-Club. Unfassbar, wie er den noch rauskratzt. Platz 2 für die Phillonne Welt. Platz 2 für die Philippe E Zero Boge. Platz 4 für über 25 Fitness! Platz 1 für die Philippe E paperbrief League! Platz 1 für die gordelizin atual, keine Fusion. thürfen이code. Platz 1 für dieutilisation Ihrem BVB in jeden Abend.